Hallo Leute und herzlich willkommen zu Anfang von Smite, hoi. Heute spielen wir Blessed Dragonhide Neath, der neue RuneScape Neath Skin in der Arena. Wir haben wieder eine neue, schräglich alte Arena, nämlich die, ich glaube die Cthudo Arena und ich hatte heute leider nicht so viel Zeit mit irgendwas aufzunehmen, daher haben wir hier eine hübsche Runde für uns Smite, ein bisschen später. Okay, warte, warte, wie kann ich nochmal, was mach ich da, oh lol, ich kann auch ein Feuer machen, oh mein Ghostbusters war da, wie cool ist das, ähm, hi, es wird sehr lustig, ich tu mein bestes, ich hab die letzten Tage so viel Arena gespielt, dass ich, äh, ich sterbe drin, ähm, ich würde eh das mitnehmen. Wir haben viel zu viel, äh, ich sehe viel zu viel Nages im Game in letzter Zeit. Machen Feuer, wo ist mein Feuer hin? Da ist es. Sehr schön, sehr schön, es ist so cool, die ganzen Skins sind sehr nice, ähm, und auch allgemeine Animationen sind sehr cool, die Soundeffekte und was sonst alles es noch gibt, alles sehr nice. Ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt, falls ihr keine Ahnung von dem ganzen Event, äh, ich hab's ganz erklärt in einem Video, in extra Videos, dauert, ob ich das mitmachen oder sowas, werde ich hier verlinkt haben, falls ihr es nicht vergessen habt, ansonsten findet ihr es sofort auf meinem Kanal, falls ihr euch dafür interessiert, ähm, was wirklich Skins sind, glaube ich, cool, das Event ist wirklich sehr nice, ähm, die ganzen Capes und so sind auch sehr cool. Oh, ich hab' ich den richtigen Cape. Ähm, falls ihr es mitbekommen habt, ne, äh, man kann, ich glaube, bis zu 69 neue Capes haben, oder mehr als 69 sind es, glaube ich, wenn man die extra Capes mitzählt, die man durch die ganzen Recher schon bekommt. Vielleicht hab' ich nicht lange nicht mal gespielt, fühlt sich sehr ungewohnt an. Awesome. Oh mein Gott, es gibt sogar neue. Uuuuh, das ist cool, dass man die ganzen, ähm, weiß das, die Texte und so weiter da hat. Das ist sehr nice, das freut mich. Es gibt auch einen Weg, um irgendwie nochmal extra was schreiben zu können, ich weiß halt nicht genau wie. Oh, es gibt auch... Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr genau, wie wichtig es mir ist, dass, äh, man Wandanimationen hat, oder bis man Angriffanimationen hat, wenn, ähm, ich mein, Treff mit Autotext. Und hier sieht man, rote Fleckchen, das ist sehr, sehr cool, das freut mich. Das freut mich sehr. Ähm, ich hätte auch am besten die ganzen Runescape-Emotes heute auswählen sollen. Oh, wow, okay. Okay. Okay, das war sehr aggressiv hier. Würde ich mal so ganz leicht sagen. Ich hab' ja coolen auf allen Fähigkeiten. Ich bin getroffen, aber er hat, egal, freigedreht. Können wir den loswerden? Awesome. Und jemand den verteidigen muss? Nein, awesome. Das ist... Oh, okay, warte. Kann man auch... Oh, wie cool ist das. Man hat den ganzen Text über sich. Ist das cool. Die Skins sind sehr schön. Das macht Spaß, das macht Spaß, mit solchen Skins zu spielen. Ich spiel auch gerade, wo ich zum ersten Mal mit dem Skins bin. Ich spiel auch mal in der ersten Runde seit dem neuen Patch, also seit gestern. Sorry, by the way, dass gestern kein Video kam. Ich hatte einfach keine Zeit. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Es ist ein bisschen blöd gelaufen, aber naja. Passiert. Ich bin... Äh... Ja, zum einen. Ich hab jetzt angefangen, einiges entspannter damit zu sein, dass mal keine Videos kommen können. Weil natürlich ist es Kacke für euch. Natürlich möchte ich, dass Videos kommen. Aber manchmal ist es einfach so. Und manchmal wird es einfach nichts. Und dann mach ich mir nichts so da runter. Anfang des Jahres war es auch wirklich ein bisschen schade. Weil da hab ich nur einiges mehr aufgepasst, dass ich jeden Tag ein Video hochlade. Und dass ihr jeden Tag wieder schauen könnt mit verschiedensten Sachen. Aber gerade ich will einfach... Also ich hab einfach schon so wenig Zeit wieder viel Gaming zu machen und viel zu spielen. Dann will ich einfach das machen, was mir wirklich viel Spaß macht. Und dann spiel ich einfach ein paar Mal... Ein paar Mal... Ein paar Mal... Ein paar Mal Runden Smite. Oder ein paar Mal Runden Paladins, Overwatch, was... Was halt sonst alles. Und mach einfach das, was wirklich cool ist. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mich damit unterstützt. Ähm... Selbst wenn nicht... Ja... Es gibt genug Leute, die sich dafür interessieren. Aber jetzt sind es ein paar Leute. Das reicht mir auch schon aus. Und falls ihr einen guten Tag machen wollt, schreibt einen Kommentar. Es ist cool zu sehen, dass es Leute da gibt, die aktiv seine Videos schauen. Okay, ich bin so kurz hier weg. Sehr schön. Ähm... Denn... Ich bin da kurz runter. Ich muss da kurz Mitte beteiligen. Ähm... Ich hab da coolen auf allem. So. Wieso... Wieso krähte ich? Habe ich gekrähtet? Unsicher. Es sah irgendwie so aus wie Krits. Ich glaube, es war kein Krits. Der müsste tot sein. Ich hab' gesagt, der müsste tot sein. Sehr schön. Sehr schön. Es macht Spaß, Leute. Leute zu treuen. Und so ein ganz beliebter Neath-Kill... Äh... Neath... Äh... Kill. Und der ist immer da. Hallo. Das ist... Das bedeutet sehr, sehr viel. Und das zeigt mir auch, wie gut man ist. Logischerweise. Damit Neath einfach jemanden killt. Ähm... Oh, hi! Cool dich zu sehen. Autsch. Und Tauzzeichen bekommen. Ich weiß nicht, ob die Gegner nicht sehen können. Also, die ganzen Animations sehen können. Okay. Awesome. Und ich mach' Double-Kill. Äh, Double-Treffer. Sehr schön. Ich mach' super kill. Die Runde läuft super für mich gerade. Es macht Spaß. Wenn wir immer sicher Runden haben. Ich soll vielleicht noch ein bisschen mehr stacken. Ist auch schon 3000 Gold. Vielleicht auch mal backgehen. Aber wir, ähm... Dominieren die Garten ein bisschen. Daher muss ich ja nicht gleich weggehen. Ah... Alter, wieviel Texte ich aber auch hab. Hi! Was soll das hier gerade? Autsch. Unfreundlich. Können wir hier kurz hier hinten? Ich würde mal kurz weggehen. Ich hab... Okay, ich geh' weg. Ich muss noch kurz weggehen. Das macht keinen Sinn. Ähm... Ich glaub' ich... Ich glaub' ich nehm sogar direkt Alte-Lenters-Bow mit. Das ist grad' ein sehr starkes Item. An Evil Crusher mit. Ne, wir wollen nicht Crusher haben. Ähm... Hatzika. 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 Wir bekommen grad so viel Geld, dass es Sinn macht, das Ganze zu kaufen. Okay. Dankeschön. Okay, schön, dass aber ignoriert wird. Uneingenehm. Das ist so cool mit der Schrift über dem Charakter. Macht's auch einiges einfacher zu sehen, wenn man von außen und wieder aufschaut. Pau. Unfreundlich. Ich muss mal kurz clearn. Tschüssi. Hab' mir ne Ult? Ah, und ich hab' auch jetzt mein altes Mikrofon wieder angewendet. Ähm... Ich probier' noch ein bisschen herum, aber ich hab' jetzt auch... Ich hab' mir easy weg. Schnell mit's kurz hier rein. Irgendjemanden mitnehmen. Ähm... Na, mach mal das mal kurz. Der dürfte jetzt tot sein gleich, hoffentlich. Oder? Bin sehr enttäuscht, dass er nicht tot ist. Aber wenigstens hab' ich jetzt voll gestackt. Ähm... Er ist nicht tot. En-täuschend. Uh, nice. Alles cool. Okay, da kommen wir nicht noch an. Schade. Aber gut, aber gut, aber gut. Ich find's ja schon, wir brauchen niemand, den Blue-Buff macht. Also... Wieso macht niemand den Blue-Buff? Das ist ja uncool. Ich hoffe, dass sowas Wichtiges... Es ist sehr cool. Sehr gut. Ich bin überraschend gut gefehltet gerade. Oh, das war alles, war traurig. Aber ich bekomme nicht dran. Können wir's lassen? Aber ich muss mal kurz hier raus, das ist überraschend für Schaden. Oh, scheiße. Er ist tot. Unangenehm. Was macht... Wie auch immer, dass... War man da da hinten, aber war man da überlebt, oder? Yeah. Wir machen da noch nicht so viel Schaden. Unangenehm. Oh, wow. Okay. Wie er einfach ultet. Wieso auch nicht? Kann er ruhig machen. Wir brauchen kurz ein Feuer hier. Das... Okay, der Boden brennt. Warte, gibt's verschiedene Arten von Feuer? Das wäre mal cool zu wissen. Ähm, wir nehmen Heavenly Wings mit. Ich muss nämlich, ich finde ihr Voice Pack nicht so übertrieben cool. Das ist ein recht nichts aussagendes Voice Pack. Ist ein bisschen schade. Aber ansonsten ist der Skin wirklich super. Ich mag die immer jetzt in übertrieben gerne. Oh, wow. Okay, muss ich mal kurz raus. Ich nehme mal kurz den Attack Speed Bluff mit. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe mal, ich lasse hier gerade niemand alleine. Hi. Das dürfte er easy machen. Sehr schön. Hilfen wir kurz den Rippen. Uncool. Oh, Curses. Ich hatte... Warte, was ist... Okay. Wir sind unsicher, was ich sagen möchte damit. Oh, das hat nicht getroffen. Enttäuschend. Das hat auch nicht getroffen. Aber hat es auch verdient. Ähm... Mein Schaden ist recht gering gerade. Ich muss mal... Ich brauche ein bisschen Penetration. Sie sind gefühlt recht tanky alle. Das ist unangenehm für mich. So, sehr schön. Also... Äh, die sind recht tanky alle. Was dann? Aber erst der sitzt ja echt tot. Japp. Unangenehm für sie. Es ist... Ähm... Kann ich bitte raus hier? Oh, wow. Oh, wow. Scheiße. Ähm... Huh. Ich bekomme keine Kids. Ich bekomme Geist mehr. Wieso? Okay, wir brauchen... Wir brauchen Penetration. Okay, nehmen wir Crouch damit. War hat sie keine gute Idee? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was sie sagt. Na, schade. Sehr, sehr schade. Bewegt sie mich nicht durchgeschlafen. Sagt ihr einen Stab? Das ist so... Na, schade. Ich habe es probiert zu testieren. Brauchen wir ein bisschen Lagerfeuer hier hin. Ich weiß nicht, wie lange halten die Teile. Es gibt ja bestimmt... Irgendwie eine bestimmte Zeit. So. Was hat denn... Okay. Äh... Wir bräuchten ein bisschen Hilfe hier. Awesome. Ouch. Ouch. Lassen wir das mal ganz kurz. Schaden hier mal kurz rüber. Der ist offenbar jetzt echt tot. Awesome. Cool. Können wir den mitnehmen? Nehmen wir den Crusher mit. Ähm... Was nehmen wir jetzt von Näheres Item? Ähm... Wir könnten eins der Executioners mitnehmen. Einen der Executioners. Wird glaube ich recht gut sein. Bringt ein Penetration und so weiter. Ich kann aber auch... Ähm... Das müssen wir schon doden. Ihr müsst euch noch überlegen einfach. Was macht das jetzt aus Item 4 Sinn? Was macht sie auch so crazy halt vorne? Wieso macht die auch gar keinen Schaden? Sehr uncool. Na, du überlebst den auch nicht. Ihr seid ganz schön weit drin, Leute. Vielleicht ein bisschen übergefährlich. Mein Schaden ist offensichtlich nicht gut gerade. Schade. Schaffen wir nur noch. Schaffen wir nur noch. Ich glaube ganz fest dran. Kax. Oh, okay. Bleibt nicht sehr weg. Unangenehm. Hab ja auch keine Ultgrade. So. Äh... Es kommt nur wir sehen, oder? Oh, schade. Die ganzen... Ähm... Sachen können nur wir sehen. Ich hoffe. Also, jetzt können nur die Teammates sehen. Nicht die Gegner. Das war... Das wollte ich nicht. Ich bin mal kurz raus hier. Sehr schön. So. Mal kurz. Ich muss noch mal kurz helfen. Okay, uncool. Ist er tot? Ähm... Oh, shit. Okay, ich bin raus. Ist ein bisschen blöd, dass... Äh... Gehen wir drüben. Nein. Wir machen das hier. Wir machen das hier. Was wir verteidigen können. Okay, schaffen wir wenigstens. Oh! Okay. Nein, danke. Awesome. Ich mag ihn zum Morrigan. Die ist freundlich. Georgians war super. Sehr gute Entscheidung. Äh... Der Schaden-Penetration ist sehr wichtig. Sehr schön. Oh, shit. Leute, was macht ihr denn so weit vorne? Er ist ein bisschen sehr aggressiv. So, okay. Ich frage jetzt noch was. Wir sprechen. Was wollen wir mitnehmen? Ähm... Ja, nee. Ähm... Nehmen wir das mit. Das Überleben ist euch nicht schlecht. Was macht ihr denn, Leute? Schade. Mädel, du bist... Sehr, sehr aggressiv weit vorne. Handeln wir uns hier kurz. Ähm... Awesome. Sehr schön. Nehmen wir die hübschen Kates mit. So, da vorne. Sehr schön. Gehen wir kurz raus. Okay, Ultnider nicht müssen. Oh, schade. Brudi, was ist die Mission? Um einfach sehr viel Schaden zu machen, so wie es aussieht. Oh, was ist das? Oh, ja. Alter, das war crazy. Oh, schade. Das war... Das war... Einfach... Wow. So, dann nehmen wir das mit, würde ich sagen. Mh... Und... Verbessern wir Aegis? Ja, nehmen wir Aegis. Verbessern wir Aegis. Wieso nicht? Passt auf. Das Teil kann uns one-shotten. Und die waren zum Ulten? Nein. Schade. Man muss aufpassen, da hinten ist ein bisschen sehr aggressiv. Clemen wir die Minions. Oh, awesome. Ich hab ihn noch bekommen. So. Hi. Was lassen? Ähm. Sehr schön. Einfach ein Null-Tode. Das war... Sehr, sehr viel Spaß gerade. War ein sehr cooles Rumsfeld. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wow. So. Ohne Witz, das hat mir gerade so viel Spaß gemacht zu spielen. Ich hab euch mitbekommen, wie Zeit vergangen ist. Wie es jetzt gerade so viel gerauscht ist. Das ist, glaube ich, ein Bug. Ähm. Es war cool. Das Gremis war wirklich cool. Es hat mir auch Spaß. Also, wirklich die ganze Zeit mit zu uns. Das ist so nice. Mal schauen. Ich find ein bisschen schade, dass es immer noch gleich Endpose ist und so. Oder gleich Endtanz, weiß nicht, was das alles ist. Ist ein bisschen sehr schade, aber 7, 0, 16, 12, 3 Johan ist schon auch sehr gut gewesen. Super. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich mit meinem Like freuen. Ähm. Oh, oh, oh. Es passiert gerade ein bisschen zu viel. Cool. Ähm. Ja, danke fürs Zuschauen, dass ihr gerne liked, abonniert gerne, falls ihr das noch nicht gehabt. Ähm. Ja, falls ihr noch welche Wünsche habt, welchen Gott ihr als nächstes bist, sollt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich, äh, spiel jetzt auch in der nächsten Zeit wieder ein bisschen mehr Conquest und so. Hatte aber nicht so viel Zeit leider gehabt. Aber, ja. Danke fürs Zuschauen. Passt euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.